Ich glaube, das Mädchen erleben einen schweren Schock. Was heißt Schock? Keine Ahnung. Was heißt Schock? Das ist sowas wie Freude, glaube ich. Die Mädchen Freude haben das Gedächtnis verloren. Und das Mädchen weiß... Was ist das denn für ein Buch? Das ist Komödie. Ich mache nachher Komödiebuch. Komödie wird schlanker als Komödie. Ja, die viele Kappel sind diese Diamanten... Diamanten. Diamanten. Weiß ich Diamanten. Ah, teuer, teuer. Teuer, teuer, teuer. Teuer wie Döner. Schwanger wie Döner. Noch teurer. Zehn Döner. Teurer wie Döner. Das sind 20.000 Dollar. Dafür kriegst 10 Döner Tiere. 20.000 Dollar für Döner. Ja. Döner aus Gold. Gold? Döner aus... 20.000 Dollar für Döner. Entschuldigung. 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 Gott sei Tag. Gott sei... Gott sei Tag. Etlich kommen die weiter. Wissen. Wer sie ist. Wer... Wer ist sie? Wer ist sie? Ja. Sie? Keine Ahnung. Das Mädchen? Das Döner kauft für 20.000 Dollar. Ja, genau. Das dich freut. Ich freut dich, weil ich auf Döner für 20.000... Ist die blöd, 20.000... Ich verkaufe für 3 Euro, das ist billig. Dann freut sich Pierre. Pierre? Pierre? Pierre. Pierre. Mehr. Zweimal wie... Okay, ich muss weiter, leider, ich muss verlassen, aber ich tut mir leid, dass ich spucke dein Bier. Ja, tschüss, da geht. War schön. Ich habe noch Hände nicht gewaschen.